Morgen, Krabben-Crew! Hey, Patrick! Alles klar für unseren großen Abend heute? Ja, das stimmt, der Bär! Heute drehen wir richtig durch! Alles klar, ich höre schon Stimmen! Bist du bereit für dich? Spanns mal, Patrick, geht's endlich noch! Lass uns unser Gespräch fortsetzen, wenn wir ungestört sind. Wir sind hier einige Leute zu neugierig. Wie unhöflich doch manche Menschen! Die sind mit Geld, now! Ja, hallo! Willkommen zur nächsten Folge von Tanki Online! Dieses ist das hier, dieses Mal im Spezial, ja! Heute wird nur einfach mal aus Scheiße-Lageweil rumgebrüllt! Ja, ich bin nicht alleine! Mir zur Unterstützung der Scheiße-Brüllerei ist hier noch der... Ja! Ja, ist das! Und wir sind... Wir machen hier nur Scheiße oder kratzen, bist die Kacke aus... Wir sind im Lärm und die krasse Sache ist, hier ist du sein Lose! Der Typ hat mir die Goldbox geklaut! Ich glaub dir nicht, ne Goldbox, sobald ich es nicht hab mir verzogen! Mann! Am Arsch! Und heute hab ich auch noch ne Goldbox leider nicht bekommen! Die Aufnahme findet ihr am Ende! Ja, weil die Aufnahmen immer schön man am Ende platzieren muss! Scheiß, oder? Ja, ich glaub dir nicht! Mir jucken die Eier aus! Scheiß, die... Oh mein Gott, ich kann's nicht durchsehen! Gott, auf diesem Mal kommen wir ja auch noch nicht level ab! Pisse! Kriegst du mal diesen Noob? Ich kann gar nicht... Scheiß, du bist die... Keine Ahnung, was! Mann, noch zwei fucking Minuten hier, muss man auch sein, bis man Scheiß aufs Klo gehen kann! Und dass man von dieser Kacke geschmissen wird! Pisse! Bist du noch anwesend, oder hat das dir jetzt wirklich die Stimme verschlagen? Entschuldigung! Ah, mir ist so heiß! Ich bin so heiß! Heiß, deine Mutter ist heiß! Oh mein Gott! Ah, shit! Das war falsch! Das war like a Mohamed! Like a Mohamed! Wir brüllen uns die Hälse raus, bis zum Untergehen und noch viel weiter! Ab in die Zukunft, wo unsere Hälse nicht mehr existieren! Mann! Das ist nicht gut für deine Stimme! Ich glaube, diese Folge wird nicht zehn Minuten lang dauern, weil ich dann noch ins Krankenhaus muss! Weiß, der Kuckuck, wieso! Ne? Ja, los, Jus, da! Zeig es allen! Was hast du in deinem Kopf? Ja, ich nehm das mal als Tensierung für... Für Inhalte unter 18 Jahren! Mann! Piss, well, Jan! Ich hoffe, das Scheiß-Video wird nicht gesperrt! Alter! Melton Scheiß! Dis! Fululu! Oh, wie kackt! Fulis M2 wieder! Äh... Äh... Was ist mit dir los? Hat dir deine Mutter auch die Stimme verschlagen? Oh, Gott! Nein! Alter, das hat die Hälge, das wird doch gar nicht scheißen oder so! Das war ich mit dem Bildschirm! Alter! Kick-Product hat verloren, Mann! Shit! 7-0. Puh! Du bist grüßig! Gott, ey, ist das! Einer, drei, neuesten Kalt, nach der Rechte! Hahahaha! Wage-Mode! Bleiben wir drin! Mhm! Oh, wieso? Laberst du nicht mehr? Weil du mir gerade Angst machst, aber richtig! Jetzt hab ich ein ganz anderes Bild von dir! Freestyle! Au! Okay, gut! Okay, ich glaube, wir können aufhören zu brüllen und so... Ich glaube, jetzt haben wir unsere Ammonette nicht mal genug! Angst bekommen, oder? Ich hab'n grad'n ganz trockenen Hals! Also, ich kann nicht schreien! Ich hol' mir gleich mal, ich... Wenn du was auf ne Goldbox kommt und ich bekomm' sie nicht, dann schreie ich los! Ich hol' mal mir ein Bücher, ja! Nein, also jetzt nach der... Du darfst das noch nicht, ja? Alkoholfrei! Oh! Puss! Ja, für die ganz bösen weiten Kinder! Ne, also... Ey, doch, die Faggo-Bot! Like him! The Drugger! Ja, like a boss, ne? Ja, ich sag' nur Goldbox-Video! Ja, also wenn ich ne Goldbox bekomme, dann freu' ich mich! Oh, aber wenn ich die mal nicht bekomme... Ja, dann herrscht Untergang 2.0! Ja... Ist leider so! Ist die Wahrheit! Das ist die Wahrheit! Mann, verdammt! Ey, kacken in die... Alter! Kacken in die Haus! Kannst du mir dann noch sowas erstellen, dass meine Abonnenten wissen, dass, ähm, ja, dass es gefährlich ist für die Kopfhörer? Weil ich kenne einen... Einer meiner Abonnenten schaut auf jeden Fall mit Kopfhörern, das kenne ich, das weiß ich! Äh, ich könnte schon jetzt ausdenken, ja. Kein Problem. Muss man so machen, so ein fettes, rotes Zeichen und dann, eh, wie ein Döner drauf, ne, also... Achtung! Also, ich hab wirklich, ich schluss auch so einen dicken, saftigen Döner, weißt du? Mmh... Mit Fehl Hammelfleisch. Tarkan würde mir machen. Also, ich ist ja gleich ein Dönerladen. Ja, ich habe ja auch einen Umberkel, den macht so ein scheiß Döner, dass man nicht glauben kann, der so scheißdärtige hin und wieder gut ist. Keine Ahnung. Scheiß, wann habe ich meinen letzten Döner gegessen? Oho, oh, 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 oh. Wir müssen dein, dein Alter retten. Oh mein Gott. Leute, sendet alle einen Döner an, das Postfach 25.2710. Nein Spaß, wenn das jetzt einer gemacht hätte, dann würde ich mich wundern. Man kann ja ein Postfach eröffnen, ne? Nö. Oh ja, meine Stimme. Ich glaube, morgen kann ich nicht reden. Cool, dann muss ich vielleicht nicht zur Schule. Nein. Waffe! Geh mir nicht auf die Dörpen, Mann! Du stehst immer so schön im Weg. Ja. Also wir müssen uns vielleicht professionelle Unterstützung von Psycho Andreas holen. Hast du seinen Skype, Eddie? Nein. Hm, scheiße, ich auch nicht. Psycho Andreas. Was ist das für eine Scheibe? Mann, 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 Frauentausch. So krass. Oh, heute bei, ähm, Mein dunkles Geheimnis oder so. Oder irgendwie, keine Ahnung, was das sein soll. Da merkt man mal wieder, wie geil deutsche Schauspieler sind. Wirklich. Ja. Und vor allem, irgendwie, einfach mal so, es klingelt an der Tür. Tür wird aufgemacht. Ja, äh, ich bin bei ihnen ausgerutscht, ne? Ja, und was soll ich jetzt tun? Ja, sie hätten mal streuen müssen. So, bla bla bla, bla bla, bla bla bla, bla bla. Und dann kam's. Ich werde sie verfluchen. Ich werde sie mit einem Fluch belegen. Und dann hat sie irgendwas gelabert. Oktopus, Tentakel, Filibus, Tebos, sowas halt. Ich aktiviere gleich mal wieder in den Wage-Mode, ne? Weil? Ja, ich such mir, ich such mir nochmal schnell einen Grund. Weil? Ich glaube, ich brauche gleich einen Wage-Mode, weil der Typ wieder anfängt zu drangen, glaube ich. Ich geh mir mal die Flagge runterholen, ne, hochholen. Ist egal, entweder du holst die einen runter oder du holst es hoch. Beides wird's nicht besser machen. Beides wird's nicht besser machen. Ja, ich bräuchte mal ein bisschen Hilfe. Ich liege ganz alleine in der Basis des Gegners. Ja, ich bin auch fast tot. Aber kein Problem, ich bin tot. The Black Light? Oh, wieso ein Nürer? Ich weiß voll den nerdigen Namen. Ne, Spaß. Das ist ganz gut. Der nerdigste Name, den ich kenne, ist Hackfresse37. Ernsthaft? Nein. Hä, hast du nicht von mir? Habe ich das? Ja. Hackfresse37 jetzt ernsthaft? Ja, ich glaube, ich habe dir jetzt mal selber zu dir gesagt, Hackfresse37 oder 37. Scheiß hast du gesagt, okay. Ernsthaft? Ja. Ja. Nein. Nein. Doch. Nein. Was hast du denn für ein Problem? Ne? Titten. Ja. Okay, das war jetzt die schönste Argumentation wieder. Alter. Nein, Quetz. Nein. Scheiße. Also, du könntest auch ein guter Führer werden. Leider bist du Pole. Das würde das Ganze etwas... Musst du das jetzt einfach ganz YouTube sagen? Entschuldigung, hat der Russe dich gedisst? Äh. Ja. Ja. Okay, das war jetzt ein Doppeltiss, ging mir selber. Scheiße. Und ich lege nicht. Ah ja, Fries. Entschuldigung. Na los, Twins, schieb mich rein. Richtig. Frischi. Frischi. Ja. Okay, die Nachbarn müssen sich jetzt auch denken, was zum Fick ist mit dem nicht in Ordnung. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Nächste Mal ohne. Lautstecken über 120 Dezibel. Ciao. So, Dragan. Wenn ich die Goldbox nicht bekomme, das... Ich würde schreien. Ich würde schreien. Ich würde richtig... Schreien. So genau auf mich, Mann. In welcher Stacht bist du? Alter, wenn ich jetzt sterbe, wenn ich jetzt sterbe und die Goldbox genau... Ne, Mann, dann... Tut mir leid, aber du müsstest dann den Sound etwas runterdrehen. Ey, ich bin in deiner Schlacht. Ey, ich bin in deiner Schlacht. Wo ist die, Mann? Wo ist die? Ne, die müsste... Nein, die ist vor mir die... Alter, nein! 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 Fuck! Was für... Oh! Mann! Wo, der Goldbox? Alter! Ich stehe. Nein, Mann! Wieso?